Ich lese heute aus diesem kleinen Band Alle Register, der sich ursprünglich, hatte ich ihn geplant, als ein Kapitel des Buchs der Bestimmung. Dieses Kapitel ist dann aber sozusagen in Buchform aus dem größeren Buch weggerannt und ihm auch vorausgeeilt und ich freue mich auch auf das Gespräch im Anschluss. Alle Eltern heben etwas auf, das uns Kinder ratlos macht. Warum das? Oder das hätten wir nicht gedacht. Der Blick hinter die Kulissen, der die Ordnung der Dinge, die uns bestimmt hat, bestimmt, etwas fragwürdig macht, manchmal mehr als das. Als ich die Wohnung auflöse, in der ich aufgewachsen bin und wo meine Mutter zuletzt alleine lebte, wird mir klar, dass selbst die Ordnung der offiziellen Papiere nur Fassade war. Urkunden, Zeugnisse, Verträge, Belege, so etwas, das hat außer freier Assoziation kein System nie gehabt. Ich halte das für einen Gewinn, mein Erbe. Ich erinnere, wie meine nicht sehr große Mutter immer den erstaunlich großen Locher, den sie aus seinem Büro hatte mitgehen lassen, mit gewisser Regelmäßigkeit bedeutungsschweren, denn extra für diesen Akt aufgeklappten Sekretär wuchtete, einen Stoß jener Papiere, die eine mitteleuropäische Kleinfamilie im 20. und 21. Jahrhundert in ihrer Existenz bestätigt, in genau der Kontingentenfolge, wie diese von einem schicksalshaften oder x-beliebigen Stapel gelassen worden sind, zwischen ihren multiple beringten, hübschen Fingern auf Kante fallen ließ, das Ganze in den Metallspalt schupperte, den schweren Hebel nach unten drückte, ihn wieder aufspringen ließ und das Konvolut Seite für Seite in Leitsordnern verstaute. Dabei hat sie immer konzentriert geguckt und ein Gefühl von Sicherheit war hergestellt. Von außen lässt sich Chaos im Inneren nicht erkennen, geschweige denn verstehen. Wie bei psychischen Leiden. Ich war schon früh dazu bestimmt, Ordnung herzustellen, diese wird die letzte sein, das Bild von mir als Kind mit gummihandschonende Spüle lege ich zur Seite, schmeiße es weg, übrig bleibt von den aufbewahrten Sachen ein Kinderbild. Meine erste illustrierte Schreibübung. Es ist ein fehlerhaftes Alphabet, 31 Buchstaben, manche doppelt, einer frei erfunden, andere in falscher Reihenfolge. Drumherum laufen zehn kleine Tierchen, vier bis acht Füße. Auch eine Kirche ist zu sehen, einem mit einem ziemlich bunten Dach und viel Gras, mit Fantasie ein Baum, let's say Wasser, eine Blume, etwas welk, etwas anderes in voller Blüte. Dann sind da noch die Edelsteine. Ich ziehe die eine Ordnung unter die andere. Es muss um Gott gehen, um Natur, darum den Verstand zu verlieren und wiederzufinden, um Missbrauch der Kinder, der Wörter, der Ordnung, um das Ganze, das sich nicht auf den Punkt bringen lässt, kurzum alle Register. Ich habe diese Kinderzeichnung nicht mitgebracht, aber Sie müssen sich vorstellen, dass dieser Band ihr sozusagen entspricht. Es ist auch vorne abgedruckt. Und das Prinzip, das Ordnungsprinzip dieses Bandes ist eben dieses Alphabet. Und ich lese jetzt noch sechs Buchstaben. A. An den weiterbehandelnden Arzt und an alle Gaffer und Betroffenen. Es gibt hier nichts zu erzählen. Ich möchte nur noch einmal die Allmachtsfantasien anprobieren, bevor ich sie weggebe in die Altkleidersammlung, zusammen mit allem, was ich bin und allem, was in mir ist und atemlos das Loblied probt. Aber zuvor noch ein Zitat von dir. Ich weiß nicht, was ich bin. Mensch, Geist, Maschine oder Melone. Auf jeden Fall, ich bin oder trage diese Krone. Agatha riet nach, wie mein Vater sagt, wiederholten Arzt besuchen Apokalypsen. Das sagst du, affektiv gedrückt, angsthaft, antriebslos. Wie die Arme einer Astkoralle greifen meine Gedanken deine Angelegenheiten auf, filtern Arbeit. Dank von der Bundeswehr am PC werden die Selbstzerstörungsgedanken eingegeben, 100 pro Minute. Altenkreuzer, lang, lange her. Adoption, ich, mittlerweile Hunde. Anmeldebestätigung, 10 Tage mehr und es sind genau 40 Jahre. AWO, NHW, das habt ihr mir nie erzählt oder habe ich das nur verdrängt? Ab morgen sind wir Blumentiere, geflutet in Amisulprit. D. Durchsicht deiner Dinge. Alles wird glasklar und schwer. Are you depressed? Mich überkommt so ein Gefühl wie ein Kugelnetz, das legt sich über mich. Ich kenne das alles im Detail und ich kenne das alles nicht. Du, die Derealisation von allem, was du warst, hattest, wolltest. Du, manchmal denke ich darüber nach, jemand anderes zu werden. Ich war ja beispielsweise schon mal du. Ich dringe tiefer in deine Matrix, leuchte das Muttergestein mit etwas aus, das Fackel zwischen Erinnerungen, raupenhafter Blattfraß durch deine Unterlagen. Mir wird schmetter, schwindelig und Depersonalisation. Darin bilde ich dann eine Truse, die fühlt sich mit den gottgegebenen Geschenken. Deinen Wahnsinn, Lachen, Streben, Ratlos sein, sich schuldig fühlen, dem Druck standhalten, Diamanten und dann das glitzernde Gebilde, die hochkarätigen Gedanken im Altschliff von Kinderhand anlegen. Der Verrat, da war doch mehr als DAK. Ich mache weiter mit B. Bitte nicht vergessen. Behörden, Buchversuch, 2002, Vergleiche G, Bericht über ein besonderes Ereignis. Berichterstatter, Name, Station, etwas wie Bernstein in meinem Kopf, erste Inkluse. Ort, Datum, Zeit des Ereignisses? Wohnzimmer, Winter, in dem ich Kind war, Abenddämmerung. Was hat sich ereignet? Der Teufel hat sich verspäht. Wie hat sich das Ereignis zugetragen? Draußen war es noch nicht dunkel und doch schon zum Fürchten. Wie auf dem Bild mit Pontius Pilatus, dahinter die graublaue Wolkenwand, den ganzen Tag über hat es geflackert, das dumpfe Gefühl, das etwas im Anmarsch war. Beeinträchtigungsideen heißt mit den missgebildeten Gedanken schwanger gehen. Jetzt blieb nur noch das bisschen Zeit, das man braucht, um sich in das, was ansteht, wie die Nacht zu ergeben und zu funktionieren. Mein Körper war noch recht jung, doch stark genug kleine Hebamme der Kopfgeburten. Entschlossen rührte ich in der Suppe. Der Topf war so groß, hoch und voll, dass es für drei Tage reichen konnte. Ich streckte mich zufrieden. Kontrolle, Deckel drauf, mittlere Hitze. Ging ins Wohnzimmer, guckte auf die Uhr, guckte in den Fernseher. Dort waren Bilder von einem Wald mit Zahl und namenlosen Toten zu sehen. Dann gab ein Mann mit einer Blutinsel auf dem Kopf. Der häufige in den Nachrichten war einem anderen Mann zwei große Mappen. Schnitt zurück auf Tote. Schnell stellte ich den Apparat ab, hochte, die Suppe blubberte. Ich verharte, verharzte, konzentriert im Nebenzimmer leben. Meine Mutter schraubte sich hoch, warf sich in ihrem Bett hin und her von einer Angst geplagt, die die Stimme versagte. Es war nunmehr ein Wimmern und ein immer drängenderes Wälzen. Mein Vater war nicht zu rechnen, er kam nunmeiß gegen Mitternacht. Also ging ich rein. Ich setzte mich an das Bett, das meine Mutter den Tag über kaum verlassen hatte. Die Decke war schwer, schwer genug, dass sie nicht wegflog. Zum Glück, ich nahm ihre Hand, etwas wie Dankbarkeit gab sie zurück. Die Zeit verging wie etwas Überflüssiges. Da war so viel Angst in ihrem Blick und so wenig Sprache. Das Telefon klingelte. Geh nicht ran. Warum? Das ist der Teufel schon wieder. Ich will mal hören, wie es ihm geht. Ich ging ran. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, er verspätet sich ein wenig. Komm jetzt und iss. Ich kann mich nicht daran erinnern, geweint zu haben, aber aus meinem inneren Tratschub, weil so viel Herz wie meiner Mutter Tränen und Begriffe fehlten. Und wenn ich das heute alles gegen das Licht halte, dann scheint es so hellgelb. Wer war beteiligt? Mutter, Tochter, Teufel, Zahnarzt, Doktor B. Sind Körperverletzungen aufgetreten? Wenn ja, welche? Definiere Körper. Wenn nein, warum nicht? Bei Sachschäden ist zu berücksichtigen, sind Sachschäden entstanden? Wenn ja, welche? Das Blut Christi wurde von einem Adler aus dem Heliotrop gezogen. Irgendwann ist auch mal Schluss. Wer ist der Geschädigte? Nun, wenn Sie das gegen das Licht halten, dann werden Sie sehen, dass da ganz feine Verbindungen von dem einen zum anderen und immer weiter bestehen. Wer ist der Schadensverursacher? Ich finde diese Schuldfragen unerquicklich. Was wurde getan, um möglichst den Vorfall zu finden? Wir haben gesagt, wir rufen zurück. Ich springe jetzt zum R, zur Ruhe. Ruhe, Unwirkliche. Ich habe das noch einmal vor mir ausgebreitet. All die Steine, all das Gemeine, dass Kometen auch nur Staub aufgreifen mit ihren Schweifen. Das darf ich dir gar nicht erzählen. Versuche mich zu erden, indem ich an den Quarzen handle wie einen Rosenkranz entlang. Gott hieß mich, wolkige Gedanken im Diamanten einzuschließen, zum Beispiel denen so viele Tränen zu vergießen und zu sammeln. Selbstverständlich, dass man die Echtheit edler Absicht darin prüfen könnte, wenn man sie darin versenkte. Endlich Gewissheit. Ich lege diesen Stein von deinem Herzen auf den Samt und Fege mit einem kleinen Besen. All den Staub, all das Gemeine von meiner Ausdrucksweise. Erlöse mich dabei. Räuschel und Kuh. Kommt noch das zweite V. Versuch über ein Ende. Ich könnte diese Geschichte, die keine Geschichte ist, beenden, indem ich meine Mutter sterben ließe, was sie muss und will, vergleiche T und gedanklich schon verzogen hat, vergleiche Z. Indem ich sie umziehen ließe an einen besseren Ort als das Zuhause der Familie, das klebt vor Geschichten, wo sie aber so lange nicht sterben kann, wie ich diese Geschichte weiterschreibe, vergleiche A. Oder indem ich ihr verzeihe, obwohl es nichts zu verzeihen gibt, sie mir verzeiht, obwohl wir einander und alle allen anderen verzeihen, bis die Geschichte völlig unparteiisch würde und sie sich für immer weiterschriebe, die Sache ist noch unentschieden. Kinder wie wir müssen akzeptieren, dass wir machtlos sind, vergleiche A, verstehen, dass niemand gewinnt, vergleiche L, dann sind wir nicht mehr Kinder, die um die rettungslosen Eltern ringen, dann beginnen wir zu erwachsen. Wie alle anderen Menschen auch. Unsere Eltern loszuwerden, noch bevor sie sterben, beginnen in die eigene Geschichte überzusiedeln. Du unterbrichst mich, fragst, was machen die Gedichte? Naja, wenn wir dann nur noch Gottes Kinder, aber das für immer sind, dann sind wir auch unsterblich. Der Gedanke macht nun endlich Sinn verschlossen. Diese Box, ich schüttle sie, klingt nach Ich-Vermögen, klingt, als ob darin andere Verhältnisse herrschen. Und jetzt ende ich mit dem ersten Set. Es gibt noch ein zweites Set, das eignet sich nicht für den Vortrag. Also, das Set für Zusehens. Du bist nun dabei, ein Baum zu werden. Mich überrascht das nicht. Ich kann schon wieder zusehen, wie du uns entschwindest. Blätter blättern ab, Zweige zweigen, Stämme stemmen das Gewicht der nicht passenden Gedanken. Ich bin schon tot. Ich bin unsterblich. Ich bin dabei zu sterben. Kein Widerspruch. Man braucht 13 Millionen Kalorien, um ein Menschenkind groß zu ziehen. Ich brauchte weniger, ich brauchte mehr, ich hab genug. Zusehend filterst du nun die Luft wie früher für meine Lungen. In deinem Schatten fange ich nun leise an zu singen. Von den Tieren, die dich nutzen, Tauben, Eichhörnchen, Papageien, Elstern und dem leichten Wind, der sich unter deiner Krone findet. Zahnarzt. Vergleiche B. Dankeschön. Da kommt gleich mal die Ordnung der Dinge. Dinge und die Erzählung von der Mutter. Und dieses Erbe. Und meine Vermutung ist, dass der Gedichtband ähnlich wie dieser Leitsordner funktioniert, dass es eine scheinbare Ordnung ist. Dass das Alphabet zwar, das Alphabet ist ja an für sich schon eine Willkür in einer gewissen Weise. Das ist einfach parataktisch eine Anderreihung. Das ist keine hypotaktische Ordnung, wo oben ein Begriff und dann leiten sich die anderen Begriffe ab, sondern es ist eine, so, du nennst es im Vorwort nichtperspektivisch. Und dieses nichtperspektivische Aspektive wurde das genannt von einer Ägyptologin. Und der hat das eben auf so Reihungen zurückgeführt. Oder das gibt auch das Parataxe als Gegenmodell zum Hypotaktischen, zur Ordnung im System. Das hat Adorno schon für Beethoven und Hölderlin festgestellt. Dieses Nebenordnende und die Scheinlogik. Ein Denn, wo eigentlich keine Folge ist. Und so etwas Ähnliches, ja, du schreibst über die Perspektive, darum können wir diskutieren. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mit meiner Deutung der Form, ob ich das jetzt zu tief runtergeholt habe, oder ob das so ungefähr deine Vorstellung auch treffen könnte. Also runter gar nicht, wenn hoch, denn das war jetzt sehr viel an Diskursmacht über diese Zeichnung, die sozusagen der Anker in dem Ordnungssystem gewesen ist. Und ich glaube, dass das Formexperiment, ich meine, das war ja über weite Strecken auch Prosa, aber ich würde es trotzdem insgesamt als ein langes Gedicht oder ein Zyklus verstehen. und ich hatte bei Hochrot auch das große Glück, dass sie sich bereit erklärt haben, immer hier diese Buchstaben zu übernehmen, also die hier in der Kinderzeichnung sind, die finden sich dann da. Wenn man noch viel hätte weiterbasteln wollen, dann hätte es tatsächlich hier am Rand vielleicht mit so, also wie in einem Leitsordner, wobei ich muss gestehen, meine Leitsordner schauen allesamt nicht so ordentlich aus. Also there is something in the family. Aber also ich glaube, die Idee ist natürlich, wie kann man ein Leitsordnersystem und überhaupt so ein System der Ordnung von Leben, die ja nur eine vermeintliche ist und wir kennen alle diese Arten von Ordnung und kämpfen vielleicht auch mit ihr immer wieder mal oder sie geben uns Sicherheit, das ist ja ein zweischneidiges System sozusagen, wie kann man so ein System poetisch umarbeiten? Ich glaube, das ist das Projekt dahinter und dabei gleichzeitig eine Geschichte erzählen, die sich eben nicht aus einer Perspektive sinnvoll erzählen lässt. Wenn man das darf. Aha. Darf man nicht? Doch, doch. Ich meine, ich habe auch, ich, klar, ich springe dem auf, weil es mich selber immer wieder beschäftigt. Also auch diese Zeichnung, die ich ja nicht gesehen habe, ich habe natürlich sofort auch an Ikonenmalerei gedacht, wo auch Dinge, die örtlich und zeitlich an verschiedenen Orten unterschiedlich lokalisiert sind, auf einem Bild auftauchen. Das ist ja auch ein Ordnungsprinzip, das eben nicht perspektivisch ist, wo sozusagen Raum und Zeit in die Einheit geraten. Verstehst du, was ich meine? Und das sind so die Assoziationen, die ich auch bei dem Text hatte. Und gleichzeitig gibt es dann so, wie soll man sagen, so Angelpunkte, die mich natürlich dann aufhören haben lassen. Und unter anderem ist beim Ersten, es muss um Gott gehen, um Natur. Ja, das ist ein unglaublicher Anspruch und gleichzeitig frage ich mich, überhaupt die Vokal, ist Gott ein Schiffre? Ist das, da oszilliert bei mir das zwischen Ernst und einfach Gestik, dass man einfach sagt, es muss um Gott gehen. Und das sind ja die Worte, die, ja. Ja, nun, also, es ist mir bekannt, dass das so die Mega-Begriffe sind, die vieles an Welt für viele Menschen sehr unterschiedlich strukturieren und verständlich machen und gleichzeitig begegnen sie oder werden sie in diesem Text auf eine Art und Weise mit eingespeist, die, dass, 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 die Konfrontation damit, die sozusagen in diesem System unumgänglich ist, also ich hätte, um es ganz platt zu sagen, ich hätte mich lieber nicht mit Gott und Teufel beschäftigt, also da, und deswegen muss es darum gehen und ich habe jetzt eine Sache zu Beginn nicht vorgelesen, weil ich das dann auch nicht überfrachten wollte mit Vorbemerkungen, weil ich wusste, dass wir sprechen werden, aber was auch unter die ganzen Buchstaben gelegt ist, ist dieser Psalm 103, der dem vorgestellt ist und das eine Zitat, das ich daraus hier verwende, ich habe es dann auch extra im Englischen verwendet und nicht im Deutschen, ist dieses As for a man, his days are his grass, as a flower of the field, so he flourishes, for the wind passeth over it, and it is gone, and the place thereof shall know it no more. Und bei der Kinderzeichnung gibt es jetzt eben diese Blume, die recht welk ist und die dann irgendwann da ja auch nicht mehr ist, weil der Ort wird ja aufgelöst und insofern habe ich mich dann auch darum bemüht und dann klingen eben immer diese Sachen mit dem Loblied und dem, ja, diesem psalmischen Sprechen in den, vor allem in den Gedichten, also ich würde sagen, in dem, was nicht prosaisches Sprechen ist, deutlich an, sodass das als Ordnung untergezogen ist. Jetzt, aber deswegen muss es darum gehen. Deswegen? Ja. Der Psalm hat ja wiederum als Additives, also ich komme immer wieder auf die gleiche Reihe, vielleicht bin ich auch etwas fixiert darauf jetzt, und der Psalm ist ein Psalm der Vergänglichkeit und das wird ja auch der Tod seltsam oder seltsam ist jetzt nicht die Kritik, sondern er wird umkreist. Einmal, es gibt auch den Satz, ich darf jetzt das frei wiederholen, weil sonst suche ich jetzt, dass die Mutter nicht sterben kann, solange das Du schreibt oder das Ich schreibt, das ist auch dieses Ich und Du für mich sehr, man fragt sich natürlich, ist das Du eine Selbstansprache, gibt es ein anderes Du, das ist für mich auch so ein Oszillieren. Also ich will jetzt das nicht mal beantwortet haben, wirklich, ich versuche das eher zu beschreiben, meine Leseerfahrung, weil ich denke nicht, dass du sagst, ja Du ist der und der oder das, ich denke, das ist ja so, gewollt, dass das oszilliert in einer gewissen Ungewissheit, ob du, könnte auch die Mutter sein, und das Verhältnis von Schreiben und Tod, das habe ich, das war auch so ein Moment, der, der, ja, der mich berührt hat, in der Weise, dass ich eben die Frage stelle, inwieweit kann man nicht sterben, solange man schreibt oder wer ist man in dem Fall, vielleicht magst du da was sagen oder ich, ist das eine Beeinträchtigungsidee, ich fand das Wort Beeinträchtigungsidee, sie ist in Anführungszeichen gesetzt, ist das eine Beeinträchtigungsidee, dass jemand nicht sterben kann, solange man schreibt. Nun, ich bin mir sicher, dass es, dass es, dass eine Beeinträchtigungsidee diese Art von Form annehmen kann, aber sofern sie, und ich meine, das ist ja oftmals bei Phänomenen, die dem Psychopathologischen zugeordnet werden können, etwas Fakultatives, Leide, gibt es einen Leidensdruck dahinter oder nicht, wenn man das als eine Art von Rettungsanker versteht, wenn man das als eine, ich würde sagen, wenn man das als eine Art von Rettungsanker versteht, dann muss es nicht in dem Sinne psychopathologisch sein, sondern es ist vielleicht eine Art von Aberglaube, wenn man allerdings denkt, ich kann nicht sterben, solange der da schreibt und ich möchte eigentlich, dann hat man sicherlich sich in seinen Gedanken, also das ist natürlich ein Begriff aus der Psychiatrie, der hier irgendwie freier verwendet wird, aber dieses, ich glaube, ich meine, warum schreiben wir denn und warum verewigen wir bestimmte Gedanken, Personen, Situationen, das hat ja auch was, nicht in jeder Hinsicht, nicht in jeder Form, aber doch immer wieder auch sowas quasi Magisches oder so eine Art von Ritualisierung, das beginnt ja teilweise auch schon beim Tagebuch, aber so die Idee von man kann da, ich weiß nicht, ich will nichts allgemein sprechen, aber ich glaube, für mich ist das stimmig. und ja, dann das andere zu diesen Widersprüchen oder Zwanghaftigkeiten ist dann das Versöhnliche oder das Versöhnende, das auch thematisiert wird, ich fand es am nächsten im Gedicht Zusehens, du bist nun ein Baum, du bist nun dabei ein Baum zu werden und dieses Bedicht bis auf den Zahnarzt am Schluss der völligen Rätsel bleibt für mich, ja, ist ja, man legt sich unter den Baum, der von Tieren genutzt wird, Teiche und Papageien, das hat was Paradiesisches und das hat mich als Gegengewicht zu diesen Tabellen gedichtet, also Tabelle nenne ich es, weil es so eingerahmt ist wie eine Tabelle. Dieser Bericht, ja. Ja, dieser Bericht ist dann, das ist ja auch eine Art Matrix auch wieder, ne? Ja, das ist halt der Form eines solchen Berichtes nachempfunden, das sind normalerweise kürzere, also kleinere Handzettel, da wird dann irgendwie eben schnell notiert, auf welcher Station was ist passiert, Sachschäden, so, dass es normalerweise, das wird dann eben wieder unterlaufen mit diesem Bericht, aber diese Zettel in genau dieser Form gibt es in der psychiatrischen Praxis und dann, genau, schaut das halt, das schaut halt dann nicht so aus, aber so ähnlich. Es ist immer ein bisschen ein Eiertanzen, ein Autor zu sein, Sachen zu fragen, weil man tanzt hinein oder daneben oder einfach auf alles drauf, also ich habe mehr als ich habe das auch noch nie gemacht, muss ich jetzt schon mal sagen, ich bin da, ich bin da, ja, ich bin weder Moderator noch Kritiker noch, ich bin eigentlich vor allem eher Lyriker und habe natürlich eine Neigung zur Versöhnung, das ist ganz deutlich, das wird mir, deshalb habe ich das Wort des Zusehens Gedicht auch sehr angesprochen, auch weil es die Widersprüche auflöst, ich bin schon tot, ich bin unsterblich, ich bin dabei zu sterben, kein Widerspruch und das die Auflösung der Widersprüchlichkeit ist für mich eine Art Versöhnung, aber die Auflösung, aber ich glaube auch die, die, das Wort Auflösung ist von mir, ja, ja, das habe ich verstanden, ich habe nur vorhin auch gesehen, dass da unterstrichen war am wahrhaftigsten, weil ich in den Notizen für heute Abend gesagt habe, ich dachte, es lässt sich am wahrhaftigsten und da gab es die Unterstrecke und das Fragezellen, warum am wahrhaftigsten und ich glaube, es ist in der Tat so, dass sich also wenn man versuchen wollte, irgendeine Art von Geschichte, die mit dem Material und dem ganzen Geröll und den Steinen, also die Steine spielen hier auch immer wieder eine Rolle, die kommen ja auch immer wieder vor, umgehen wollte, dann glaube ich, würde man dem nicht gerecht werden, weil man die Widersprüche nämlich irgendwo ausbügeln müsste und die Sache so oder so entscheiden müsste und ich glaube, die Lyrik erlaubt es uns, sie irgendwie zu bewahren, aber eben nicht nur hinzustellen und zu sagen, go face it, das ist halt absurd oder, sondern dem irgendwie, ich weiß es nicht, also jedenfalls wäre das die Hoffnung. Ja, bei den Steinen war natürlich das Wort ausbreiten unterstrichen, also ich springe wirklich auf das an, dass man eben das ausbreiten auch wieder dieses, was ich paradaktisch nenne, das sind einfach Ordnungsprinzipien, die mich interessieren und die Steine ist doch dann auch mit der Kristallisation, aber es ist, die Bildlichkeit geht auch nie eindeutig auf, das ist auch das Spannende, sonst wäre es ja eine illustrierte Botschaft, das Ganze, das ist doch das Schöne, dass die Steine jetzt kein Symbol sind, also ich lese es nicht als Symbol, sondern da werden Steine ausgebreitet, ich nehme das wirklich als, das ist auf der Kinderzeichnung drauf, da vermische ich jetzt schon alles. Nein, die Steine sind nicht aus der Kinderzeichnung, aber das hat man ja manchmal, dass man zum Beispiel Edelsteine dann hier so auf dem Samt hat und dann hat man einerseits die Möglichkeit, das genauer anzugucken und andererseits gibt es natürlich auch das Metaphorische, die Steine, die man auf dem Herzen hat oder das Gepäck, das man hat oder was man eben mit sich herumschleppt oder auch das, was man im Geröll, im Schutt noch finden kann, das, was dann aber doch glänzt und wo man dann, ich lebe, also aber jedenfalls, ich habe immer die Vorstellung, gerade was Gedichte betrifft, dass es ganz oft damit zu tun hat, dass man was findet und poliert, versucht in eine Form zu bringen, um es dann vielleicht, ja, sich jetzt nicht anzustecken, aber irgendwie noch mal präsentieren zu können und so diese Juweliersarbeit vielleicht, ja, irgendwie, ich glaube, ich kann auch nicht besonders gut über die eigenen Sachen in dieser Form reden, aber ich glaube, deswegen die Steine, also es gibt, die dann, deswegen haben sie was mit der Kinderzeichnung, die ja ein Alphabet ist, zu tun, weil sie dann eben mit den Anfangsbuchstaben zugeordnet sind, also, ja, dann haben wir eben bei D die Diamanten und so weiter, L, Lapislazuli und und das Muttergestein und diese ganzen, das Vokabular aus der Mineralogie, das macht ja LyrikerInnen oft Spaß, sich dann auch da noch ein bisschen zu bedienen, um Sinnhorizonte zu eröffnen, die jetzt in der unmittelbaren Anschauung irgendeiner Art von Chaos vielleicht noch nicht mal gegeben sind. Na schön. Ach Gott. Danke dir. Na schön, ja, also die Gerichte sind auf jeden Fall keine Versteinerungen, dass sie sich verschließen völlig, sondern sie blühen auch und welken. Darf ich das sagen? Ja, bitte. Alles klar. Applaus 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 Applaus